ja hallo und herzlich willkommen bei der Neuaufnahmenrunde mit dem Devstroke und Minimani wir haben gesagt wir machen jetzt die Techn-Mission die was auf Stufe 6 empfohlen ist ja genau das schaffen wir schon na sicher schicken wir einen Ton hin hast du den Wegpunkt jetzt? ja den Wegpunkt hast du schon eingesetzt ja gut ich halte mich da wie über das D-Bett kämpfe halte ich mich immer zurück und halte mir ein großes Maul wir wollen ja nicht übertreiben aber ich hab's alleine jetzt einmal probiert zum Spielen gibt es das Video gibt es übrigens eh auf YouTube aber alleine bist schon manchmal ja hin und wieder ist alleine zart ja ja alleine ist wirklich zart aber es fällt schon auf wenn du alleine spielst kommen weniger Gegner stimmt ja das schon na woher ich hier schieße ihn wenn ich da niemanden erschießen werde dann wird er dich enttäuscht ja wie weit ist denn das bitte ey pass auf da gibt's was in der Nähe ja nachschub ja nachschub wir sind gleich bei ihnen krass ja feindkräfte nähere an sich ja feindkraft näher an sich das ist nix neues aber ich habe erwähnt dass ich das Be Affen verziehen Das geht mir immer voll auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Aber da gibt es Mods. Ich bin mir sicher, es gibt für alles irgendwas, das ist eh klar. Und warum steht man da immer im Weg? Wir. Warum möchtest du nicht am Balkon da, als du siehst? Ja, aber wenn er sich... Jetzt ist er nicht mehr. Feindkräfte nähern sich, dann sich die schon wieder nähern. Oh Gott. Sorry Leute, ich wollte den Spicker von der Pille näher herstellen. Da, Granate. Ja, die kannst du übrigens mit Freiheit abbrechen, falls du es wissen wolltest, gell? Na ja. Ja, danke für die Info. So, wo sind die? Habe ich letztens nicht mehr so ein Info-Video gelesen, also ich habe es auch nicht gewusst. 12 Uhr. Jetzt kommt es von hinten fast ab. Ja, das war aber kein Problem. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir schon erwähnt, dass ich die aufgeladen habe. Ja. Na Peter. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir am Weg mitnehmen können, gell? An Emissionen. Natürlich. Alles was geht, geht. Das war knapp. Gute Arbeit. So wie das, das war ja aufgelegt im Prinzip, ne? Tja. Da war ganz ganz gut da draus. Super schön. Ich bin ja da mal darüber gespannt, was das nächste kommt. Ja, das sieht, was wir die Beta auch, ja. Was wir die Beta auch gesehen haben, ist natürlich, dass wir viel laufen werden müssen. Ja, leider. Ja, das stimmt. Ja, es läuft, das habe ich da gehört. Hä? Jetzt los. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt. Aber tun Sie uns nötig, ihr Sametroof und den Saft wieder andrehen kann. Ah, das jetzt. Falls er noch lebt. Ja? Oje, die ist bocklig schwer, die Welt. Das ist die Mission. Naja. Das weiß ich auch schon. Da haben wir uns was dort genommen jetzt. Ah! Ist das nicht was wir gemacht haben, mit der Beta? Ja, aber die ist da. Aber da ist sie länger. Da ist sie sehr viel länger. Und viel Gegner. Ja gut, ich muss ehrlich sagen, mit Gegner habe ich noch nie Probleme gehabt. Aber Gegner habe ich immer gehabt. Geh beten, dann schießt du wieder wie am Weg. Er schießt zurück. Ah! Ja, einfach in die Tür ein bisschen. Boom! Das ist immer not cool. Am Schluss der Gegner, der bis 10. wird urviel schlucken. Ja, das war's. Geh, alles ist warmlos. Boom! Boom! Und der nächste exportiert. Und der nächste auch. Das ist schön, oder? Na schon. Haben die was liegen gelassen? Ja, bisschen. Ah! Feinde nähern sich ihrer Position. Ah! Feinde nähern sich ihrer Position. Da ist das nicht schön. Aber den Spruch kenn ich schon. Das ist schon fahrt. Das wird sich immer. Na super, der haut mich wieder. Ey, das sind Munitioner. Geil! Ah, Munition. Passt. Munition ist immer gut. Das sind Gegner. Ja, die kommen eh schon langsam. Keine Angst. Nicht, dass ich Gegnerlos bin. Das ist ja erfahrt. Da braucht es aber noch, sagen wir mal. Da ist nix. Was eine nette Umschreibung für paranoides Aschloch ist. Ja, schaut euch hoch, was man... Sammelobjekte müsste man nämlich nachher auch irgendwie sammeln. Das sind typische Umweltsformen. Viel sammeln! Ja, was? Telefon, Akten... Das ist mein Essenz-Bilder auch weggegangen. Im zweiten Teil. Aber die sammeln. Aufgaben nicht erledigt, sonst hab ich draußen guckst du dort. Die Federn. Ja, so die. Die ist es, oisch. Funktioniert ja eh wunderbar. Ja. Am besten nicht mehr auf die Gasflasche schießen, wenn du triffst. Ja, ja. Die sind so gut. Dann sind die gleich kaputt. Ja, das ist richtig. Aber manchmal bin ich, wo sie überhaupt triff. Ja. 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 Das ging's doch. Hast du mich verwarschen oder was? Na komm raus, ey. Letzter. Er sieht aus. Schackli. Der Marvin ist vorhin die Gegner drin. Sicher, ich bin voll Ako drauf. Da ist noch einer, das darf. Jetzt nimmer. Wo ist er? Der ist schon schwarzer Käse. Na, der ist wieder rein. Bis der Doni kommt da, dann ist er schon nix dahin. Der Doni hat einen Unbrauch, Peter. Nur so. So, da muss jetzt immer Munition, glaube ich, geben, oder? Irgendwann. Ja, da. Bei mir. Alle drei. Ah, danke. Apropos, warte mal kurz. Ich schau mal, was bei meiner Waffe kommt jetzt schon was motzen kann. Ja, wo? Das habe ich nämlich vorher gar nicht geschnallt gehabt. Ich bin nur da. Und da ist ein Rucksack. Warte mal, als Schottslieder gebe ich mir das zweite seine. Ob er nämlich zuerst mal nicht macht. So. Und da kann man motzen. Nein, ich habe nix am Motzen. Nein, ich habe nix am Motzen. Oh ja! Kleiner Laserpointer. Immerhin. Da ist nix. Wenn ich seht was. Ja, bringt zwar nicht viel, aber... Mensch, gefällt sich halt. So, das war's schon wieder. Ja. Ich bin wieder... Ich bin wieder einsatzbereit. Vorher. Wir haben die Info, dass mehrere Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen. Und zwar inklusive der Leute, die versuchen sie aufzuhalten. Also Vorsicht, sie arbeiten in Teams. Hey, da brennt. Ach, was ist denn da kommen? Schauen rechts. Haben sie uns doch schon gesehen. Buh. Ja. Boah! Boah! Tschuldige Markus. Was? Hab dir ein bisschen in den Kopf geschossen. Ne, ist nix passiert. Ich habe dir noch ein bisschen in den Kopf geschossen. Oh, nur kleines bisschen. Naja, aber genau meine Schossen sind in den Räder gelaufen. Gegen den Deckung. Kann passieren. Aber es ist echt ein feindlicher Feuer. Na Gott sei Dank, nichts. Boah, das wär lustig. Ja, für die schon. Aber die Grafik finde ich das so schlecht. Na, schaut gut aus. Ich gewinne sie das Energierallee, naja. Na, warte, das Waffen. Ah, warte, hab ich was. Da gibt es eine Maske im Anfeld. Ne, ich habe eine Araphe bekommen. Ja, Maske. Die wollen wir gleich raushösten, weil ich glaube kontaminiertes Objekt das ist. Und ich habe nur einen Rucksack gekriegt. Seid, ich will überraschen, ey. Lass dich überraschen. Wieso kann ich dich nicht anlegen? Ach so. Im kontinuierten Objektprojekt bin, okay. Aha, jetzt kann ich anlegen, okay. Hey. Ne, bleib. Wenn sie kontinuierten, die X-Bots bist, kannst du nicht wachsen, die Maske wechseln. Ne, ist ja blöd, weil dann bist du stirbst, ey. Wenn sie die Maske runternehmen, stirbst. Einfach die Luft anhalten. Ja, die zwei Sekunden aus der Luft auch, aber nicht besser. Na ja, wisst du. Den nehmen wir das ernst. Hoppla. Grüßle-Riede. Gehen wir, glaube ich. Gehen wir, glaube ich. Bitte, bitte. Der Typ ist von uns. Gehen wir zum Sekundärrelais. Und sobald sie Leichen sehen, setzen sie schnell die Maske auf. Sonst sind sie tot. War der Abschnitt in der Beta? Keine Ahnung. Naja, das hat ein bisschen kürzer alles gemacht. Da kommen jetzt Gegner. Sind wir nicht in der Beta, da hat er tausendmal gestorben, ja, gell? Na ja, zum Schluss. Oh ja, die Energie gepackt ist. Wo? Wir sind halt doch erst Stufe 5 und das ist für 6 mindestens. Ja, Papperle-Pub. Na schon wieder kein Papperle-Pub. Der kriegt doch noch halb Träume. Jedes Mal. Sogar die... Die Elisabeth hat da doch schon geschrieben. Ich kann das aber nicht so gut. Ich hab keine Munition mehr. Ist das gut? Nein, Waffenwechsel. Mach ich hier, aber das ist nicht mehr krass. Da brennt euch. Da hast du dieselbe Munition für beide Waffen. Das ist schade. Das ist ein Schade. Nein, ich hab auch Schuss hinten und da... Ich hab's mal aktiviert. Nein. Ja schon, da habe ich eh Munition. Aber die Schaden hinten ist ja schade. Ja, jetzt. Du hast einen Munition-Aufschub. Ohne. Du bist denn? Gut. Auf die Karte gucken. Okay. Da liegt was. Klingt das krönes. Klingt das krönes. Wie geht's nicht genauer? Du hast mit Filipeln das gaspel ist. Needs. Und wirklich Videos.